Loi Kratong ist wirklich eines der schönsten Feste, das man sich vorstellen kann. Wenn im November Vollmond ist, wird in Thailand diese zauberhafte Tradition gefeiert. Überall erleuchten die Gewässer, denn die Menschen lassen ihre selbst gebastelten Boote mit Kerzen und Blumen darauf sanft auf den Flüssen treiben. Ein meditativer Moment, so schön anzusehen. Diese Tradition gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Sie ist tief mit dem Buddhismus verbunden. Die Boote sollen nämlich nicht nur hübsch aussehen mit ihren flackernden Kerzen und duftenden Blumen. Sie haben auch eine tiefere Bedeutung. Wenn die Boote dahin treiben, nehmen sie symbolisch alle Sorgen und Ängste der Menschen mit. So wird das Herz frei von negativen Gefühlen. Stattdessen macht sich ein Gefühl von Frieden, Dankbarkeit und Hoffnung breit. Besonders berührend finde ich, dass viele Thailänder in dieser magischen Vollmondnacht auch Himmelslaternen steigen lassen. Wenn die mit Kerzen beleuchteten Lampions in den pechschwarzen Nachthimmel aufsteigen, ist das ein atemberaubendes Naturschauspiel. Tausende Lichter tanzen am Firmament. Dieses Lichterfest bedeutet den Menschen sehr viel. Es ist eine Möglichkeit, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen und die Seele baumeln zu lassen. Gemeinsam staunen sie über die Lichterpracht und die Romantik dieses Abends. Besonders Touristen sind immer ganz verzaubert von dieser friedlichen Stimmung. Overall kann man sagen, Leukratong berührt einfach die Herzen der Menschen. Es verbindet sie mit uralten Traditionen und der Schönheit der Natur. Kein Wunder, dass dieses Fest mit seinem Zauber der schwimmenden Lichter und Himmelslaternen so unvergesslich ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017